Heute reden wir wieder über eine Karte, die verboten wurde und wir gucken uns an, warum das Ganze passiert ist. Heute reden wir über Donner Drachen Kolossus. Ja, es geht in die nächste Runde. Wir reden heute über Donner Drache Koloss und warum die Karte verboten wurde und ob die Karte vielleicht zurückkommen konnte oder nicht. Zunächst einmal, Donner Drachen Koloss ist ein Fusionsmonster, bedeutet also wir brauchen eben dafür Fusionsmaterial, jedoch sind die relativ irrelevant, denn er hat einen besonderen Effekt. Muss entweder als Fusionsbeschworen beschworen werden, wie gesagt mit den oben genannten Materialien, oder während des Spielzugs, in dem ein Effekt eines Donner Monsters in der Hand aktiviert wurde, als Spezialbeschworen beschworen werden, indem du einen Donner Effekt nicht Fusionsmonster als Tribut anmietest. In diesem Fall wird Polymeration nicht verwendet. Bedeutet also, wir haben die Möglichkeit, diese Karte aus dem Extra Deck zu Spezial zu beschwören und das ist einfach schon extrem stark. Doch das geht noch weiter, denn sie sagt folgendes, Karten können der Hand deines Gegners nicht vom Main Deck hinzugefügt, außer durchziehen. Das heißt, wir haben hier einfach einen Lock, den den Gegner eben Surges unterbindet und das ist einfach sehr stark. Das heißt, wir haben hier ein Mistake auf Beinen, beziehungsweise mit Flügeln und dann, weil es natürlich nicht fair genug wäre, falls diese Karte durch Kampf oder einen Karten-Effekt zu schärfen werden, kannst du stattdessen ein Donner Monster von Friedhof verbannen. Das bedeutet, er kann sich auch protecten und das nicht once per turn, bedeutet also, er kann sich immer und immer wieder protecten, solange wir eben Donner Monster im Friedhof haben. Und das alleine ist schon sehr, sehr stark. Wir haben ein Mistake-Effekt plus Protection plus eine einfache Beschwörungsbedingung und das macht die Karte schon sehr, sehr unfair und das sind unter anderem auch die Gründe, warum diese Karte verboten worden ist. Naja, wo kann man das dann erstmal spielen? Zunächst einmal, natürlich kann man das Ganze in Donner Drache spielen. Ich meine, ja, ist ja eine Donner Drachen Karte, ist ja klar, dass die Karte eben darin rufen werden kann. Wir haben eben die einfache Möglichkeit, dass wir eben einen, ja, einer unserer verbannten Donner Drachen Monster wählen können, dann eben den Spezialbeschwörungen können, Donner Falken abwerfen und dann haben wir einen, ja, Donner Drachen Effekt in der Hand genutzt. Heißt also, wir können sofort in den Koloss gehen mit dem Monster, was wir gerufen haben. Andere geht es natürlich auch mit Gebrill. Mit Gebrill nutzen wir, holen uns eine Donner Drachen Karte hinzu, haben einen Effekt genutzt, brauchen noch was auf dem Feld. Aber es geht auch weiter. Wir können auch einfach den normalen Donner Drachen abwerfen, um uns zu searchen. Normal Matrix und, ja, können dann einfach in den Donner Drachen gehen. Also ziemlich einfach. Also ihr merkt also, ja, Kolossus ist in den Donner Drachen ziemlich leicht berufbar, aber das war ja zu erwarten. Ist ja auch für das Deck gedacht. Ja, bloß jetzt gibt es eben ein Problem, warum diese Karte auch weiter zum Problem wurde. Denn diese Karte ist nicht nur in Donner Drachen berufbar, sondern eben auch in anderen Decks aufgrund eben der Spezialbeschwörungsmechanik. Denn wir können auch einfach irgendeinen Donner Drachen opfern auf dem Feld, also daneben nutzen. Dafür müssen wir nur einen Donner Drachen in der Hand genutzt haben. Naja, ist ja kein Problem. Gucken wir uns mal eine Karte an. Todfeind Korridor. Du kannst einer deiner verbannten Monster wählen, außer ihn. Beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Und falls ihr dies tut, mische das gewährte Ziel ins Deck. Wir haben hier einen Recycling-Effekt mit selbst Spezialbeschwörung. Mit ein Donner Drachen hat seinen Effekt in der Hand genutzt. Bedeutet also, wir haben hier einfach mit ihm alleine alle Bedingungen für Kolossus erfüllt. Er selber ist Donner. Das heißt, wir können ihn opfern, um Kolossus aus dem Extra Deck zu beschwören. Ja, das heißt, diese Karte ermöglicht jedes Deck eben Kolossus zu beschwören. Klar, du musst ein verbandes Monster wählen haben, aber ganz ehrlich, es gibt so viele Decks, die irgendwas banischen und es ist Teil der Combo. Jetzt kann man sagen, okay, ist ja kein Problem. Todfeind, okay, ist eine Karte, die erlaubt es halt dann eben Kolossus selber zu rufen. Ist schon unfair, aber die Karte musst du hier erstmal ziehen. Und wie immer sag ich ja, es ist zwar schon krass, wenn es so eine Karte gibt. Und es ist auch krass, wenn eine Karte es erlaubt, die du dreimal spielen kannst. Aber wenn, wird es noch krasser, genau, wenn es ein Extra Deck ist und man durch das Extra Deck darauf zugreifen kann. Und das kann man. Denn es gibt die wunderschöne Karte Pitch Armor. Und sie sagt folgendes, falls die Karte für eine Synchro Beschwörung benutzt wurde, dann kannst du deiner Hand ein Monster der Stufe 8 oder niedriger mit 600 Defense von deinem Deck hinzufügen. Ja, wie erklären wir jetzt, dass die Karte 600 Defense hat? Ja, die hat 600 Defense. Bedeutet also, wir können jegliche Synchro Plays machen, können mit Armour zusätzlich auf Todfeind zugreifen und können dadurch dann eben einfach ganz einfach eben unseren Kolossus beschwören. Bedeutet also, falls die Karte jetzt einfach wieder erlaubt werden würde, weil man sagt, man möchte Donner transporten, kann jedes Deck, was irgendwie auf Synchro zugreifen kann, theoretisch Kolossus spielen, indem man einfach den Tonfeind spielen mit Pitch Armor und das eben machst. Und sind wir mal ehrlich, lohnt sich das? Ja, es lohnt sich. Der Gegner darf sich nichts mehr suchen. Das ist schon sehr krass. Wie viele Karten suchen gerade? Sehr viele Karten suchen. Oft ist es so, add das hier oder add dies, add das, add das, search das. Das gibt es natürlich in jedem Deck fast. Und dann einfach zusätzlich zu deinem Endboard, was eben schon sehr krass ist, dann noch ein Kolossus zu stellen, würde dem Gegner eben den Rest gehen. Klar, man kann natürlich immer sagen, ja, man kann hier den Effekt negaten, aber das ist nicht Sinn des Spiels. Sinn ist es eben nicht, dass man einfach immer das Dark Ruler ziehen muss, sondern es geht darum, dass solche Karten vielleicht einfach nicht im Spiel existieren sollen. Und falls man sich fragt, ja, okay, ein OCG Master Duel ist das ja auch so, ist das schlimm. Ja, ist es. Gerade am Master Duel hat man das gesehen zu Beginn. Es war sehr Combo-lastig. Lagen natürlich auch Needle Fiber und Aurora dann Kombos. Aber dort, gerade dort, wurde immer hinterher dann voll gekombot. 3, 4, 5 Negates ungefähr. Und dann am Ende noch Kolossus daneben. Have fun. Ja, und das war natürlich ein Riesenproblem. Und aus meiner Sicht hat die Karte auch damals schon verboten werden sollen. Und auch hier kann man jetzt natürlich argumentieren, ja, aber gerade gibt es ja kein Deck, was er abusen könnte. Was übrigens sehr kritisch ist, weil Synchro-Decks sind nicht schlecht. Also es gibt Speed Synchro, es gibt natürlich Manadium theoretisch auch. Und man kann natürlich sagen, okay, wir bauen einfach eine Kombo ein, wo wir den eben mit rufen können. Also Synchro-Decks sind potenziell in der Meta da, die das eben abusen könnten und wodurch sie auch viel, viel stärker werden würden, wenn sie eben einfach Kolossus da zusätzlich noch an den Ball hinlegen könnten. Von daher, schwierig, aber selbst wenn jetzt gar kein Deck aktuell das Ganze eben machen kann, wird es in Zukunft eben so sein. Das ist immer ein Problem bei solchen Karten, die halt extrem spielstark sind, dass eben spätestens in der Zukunft die Karte ein Riesenproblem werden würde, weil wieder ein Deck eben ganz easy parallel neben der Kombo einfach ihn eben rufen kann, beziehungsweise den Todfeind suchen kann, dann eben den Kolossus rufen kann. Und schon haben wir das Problem, Kolossus ist eben da. Und dann kann der Gegner eben garantiert nicht mehr gewinnen, weil man eben nicht mal irgendwas suchen kann, um dann eventuell das Abort eben zu hauen. Von daher, Kolossus ist eine problematische Karte, die eben auch aus meiner Sicht zu Recht verboten ist und eben 2020 auch verboten wurde. Weil, ja, ganz ehrlich, also Mistake ist nicht ohne Grund eine Karte, die halt eben viel zu stark ist an sich gegen gewisse Decks. Klar, es ist eine Side-Deck-Karte, die man ab und an mal hat, wenn eben viel gesercht wird. Aber wenn eben parallel einfach eine Karte existiert, die einfach sagt, nö, du darfst das nicht, sich sogar noch protecten kann, was halt absolut strong ist. Das heißt, ja, Removal an sich reicht da nicht mal. Das heißt, ihr braucht da auf jeden Fall irgendwas zum Negaten. Das heißt, wir haben nur irgendwie ein Negate, um dann searchen zu dürfen. Wir vergessen dabei ja gerade, dass eben Koloss eben nicht das einzige Element auf dem Feld ist. Bedeutet also, dass da garantiert noch ein Negate sein wird, heißt, wenn er sagt, okay, der will jetzt unbedingt Kolossus negaten, entweder lassen wir es zu, der Gegner spielt mit einer Karte weniger oder wir negieren das sogar noch und dann hat der Gegner immer noch kein searchbare Sachen. Ist doch sehr, sehr stark. Also Kolossus ist definitiv eine Karte, die zu Recht auf der Verbotsliste ist, weil sie einfach viel zu stark ist von ihren Effekten her. Und ich denke mal, sie wird auch sehr, 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 ich sag schon, sehr lange bleiben. Und ich hoffe es auch, weil die Karte ist wirklich unfair und wird halt eben Auto-Win gegen gewisse Decks sein. Und ich finde, solche Karten sollten eben im Spiel nicht existieren. Ja, Leute, was sagt ihr jetzt aber zu dem Ganzen? Findet ihr, dass Koloss zu Recht verboten ist? So sagt ihr, ihr sollt auf 1. Schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, das war es von mir und bis bald. Bis bald.